Was geht hier ab? Der Zug fährt ein! Ich versteh's auch nicht. Hauptsache wir sind gerettet. Ihr zwei seid nicht gerettet. Ich soll tot sein? Unsinn! Ich spüre, wie mein Herz schlägt und bin aus Atem. Was läuft hier völlig falsch? Ich spüre, wie mein Herz schlägt. Ich spüre, wie mein Herz schlägt und bin aus Atem. Vergiss es! Ich kommst nicht weg!